So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play New Super Luigi U für die Wii U. Und wir gehen jetzt mal ins Luftschiff. Ja, ich weiß, dass hier ein Luftschiff kommt. So, hallo Luftschiff. Lass dir das eine Galerie sein, war das im Original, also in Ahoye Brüder heißt das hier, okay. In Super Mario Bros. U. Pils. Ach, du Scheiß. Alter, wie viele einfach. Alter. Wie fies. Wollte ich gerade auf den anderen drauf springen, das war natürlich nicht allzu schlau. Muss ich ja auch mal so sagen. Ahoye, ihr Brüder. Ich hoffe, ich kann nach dem eigentlich speichern, weiß ich gar nicht. Ich hoffe, das geht. Oh ja, hier. Sollte ich vielleicht auch mal springen die ganze Zeit. So, warte. Oh. Boah, wie fies. Ach, ich wollte auf ihn drauf landen. Das ist so scheiße, wenn das Bild so scheiße ist und du nicht siehst, wo du bist, weil du aus dem Bild rausgesprungen wirst. Wer denkt sich sowas aus? Warum? Warum? Warum muss ich aus dem Bild raus springen? Warum könnt ihr das nicht ein bisschen so skalieren, dass ich das eben nicht tue? Ich glaube, hier falle ich sogar runter. Ach, das ist ja zu hoch gesprungen. Ich kriege einen Keks. So, einen Keks kriege ich. Hilfe. Alter, wie viele. Das ist ja alles mögliche hier. Und der Hammerbrüder sind alle eigentlich. Boah, wie fies. Bitte lass mir, lass da ein Checkpoint sein vom Boss. Das wäre toll. Boah. Nochmal so und jetzt der kleine Hammerbruder. Alter. Jetzt bringt der auch noch nach oben. Ich glaub's ja nicht. Oh, plus 150. Was? Krass. Was kommt denn? Ach, jetzt kommt der hier. Ach, du Scheiße. Ich erinnere mich, da muss man irgendwie ihn, ne, dazu bringen, sich selber abzuschießen. So war das, glaub ich. Und natürlich schießt der immer genau vorbei. So klar. Einfach. Oder doch nicht. Gut. Getroffen. Komm jetzt nochmal, bitte. Warum muss ich so klein sein? Ich will groß sein. Verdammt. Ha, 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 ha. Ah, du bist so blöd. Wah. Jetzt kommen die von unten. Okay. War es jetzt nicht so schwer eigentlich. So, jetzt bitte nochmal. Komm, schieß doch nochmal, bitte. Genau. Haha, da war er tot. So, kann ich die noch speichern eigentlich? Ich hoffe mal. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß, nach dem Schloss kannst du speichern, aber nach sowas hier? Was willst du denn jetzt? Hier bin ich dran vorbeigesprungen anscheinend. Ach, cool. Na gut. So, jetzt fliegt er mal weg. So. Ach, ja. Wow. Und jetzt? Speichern? Speichern. Speichern. Ja, natürlich. Speichern beendet. So. Ja, jetzt sind wir hier im Limonaden-Dschungel. Ach, toll. Ja, ich kenne das schon aus New Super Mario Bros. Hugh. Von daher ist das jetzt nicht das Neueste. Okay, jetzt sind wir im ersten. Rankenspiel im Gigantugarten. Ernsthaft? Das gibt's doch nicht. Das hab ich ja schon mal sehr gut hingekriegt. Halt, warte. Gib mir den Pilz. Gib mir den Pilz. Bitte, was? Kann ich hier rein? Nee. Nee, da ist auch kein Block. Ein Versteckter oder so. Man weiß ja nie. Also das war jetzt aber nicht meine Schuld. Die machen da einfach einen versteckten Block hin. Was soll die Scheiße? Komm, Pilz, komm, Pilz. Genau, komm. So. Die da einfach einen versteckten Block hin. Ich weiß nicht, wozu da gut ist. Jetzt wollte ich da grad drauf landen. Verdammt. Ich glaube, der ist sogar recht schwer zu erreichen, der versteckte Block. Und ich schaff's natürlich beim ersten Mal. Und jetzt sterbe ich die ganze Zeit, weil... Also nee, nicht beim ersten Mal. Beim zweiten Mal. Beim ersten Mal hab ich hier so verkackt. Der springt immer zu weit. Komisch. Beim ersten Mal landet er natürlich drauf. Und jetzt springt er immer so weit. Vor allem egal, wie weit du... Wie weit du das mit der Ranke machst. Wie doll du schaukelst. Er springt immer genau gleich weit. Irgendwie hab ich das Gefühl. So, jetzt hab ich das mal hingekriegt. Was bist du hier? Eine Feuerblume. Das ist gut. Ich frag mich, ob man die abschießen kann. Ich weiß das gar nicht. Jetzt hab ich hier ja toll. Diese Riesendinger immer, ne? So, da hab ich schon mal die letzte Sternmünze bekommen. Die erste bekomm ich wahrscheinlich durch den Mini-Pilz. Und ich krieg nochmal irgendein Item. Item. Irgendein nützliches. Das ist ja auch schön. So. Bitte einen Bonner. Bitte einen Bonner. Und? Nee, eine Feuerblume. Naja. Ja, gibt besseres. Aber immerhin. So. Ja, dann würde ich sagen. Äh. Ich bin irgendwie müde. Aber ich hab heute auch schlecht geschlafen. Erstmal. Erstmal um 0 Uhr war irgendwie draußen Feuerwerk. Also ich mach nie wieder das Fenster auf. Nachts. Weißt du, um 0 Uhr irgendwie Feuerwerk und... Nein, nun. Und jetzt krieg ich hier eine Feuerblume. Wow. Aber die krieg ich auch... Hätte ich gebraucht. Egal. Ja, hätte ich definitiv gebraucht, weil ich hier unten bestimmt hin muss. Wo sich eine Sternmünze befindet. Das war ja schlau. Was ich da gemacht hab. Ach du Scheiße. Was war das denn? Warum ist er denn oben nicht abgesprungen? Sollte er eigentlich? Hat er irgendwie nicht gemacht. Das war nicht so toll. Okay, ich weiß... Ich weiß schon mal, wie ich zur ersten Sternmünze komme. So, warte. Jetzt hab ich den... Den... Den Dingskreis nicht... Alter, Luigi. Verarsch mich doch nicht. Das... Das gibt's nicht. Alter, der verarscht einen doch so. Heck die Panik. Nanu. So. Blume. Bitte. Ach, das gibt's nicht. Der ist zu schnell. Nein. Ah, das gibt's nicht. Mann. Der ist zu schnell. Ah, jetzt bin ich da auch entgegengesprungen. Ich krieg nicht. Komm, ich... Ich lass das jetzt mal. Ich geh jetzt einfach durch. Hauptsache, ich komm jetzt... Ich komm jetzt da zu den Leben. Ja, auch die lass ich jetzt mal aus. Obwohl ich die... Offensichtlich bekommen kann. Alter. Was ist das denn hier? Hilfe, ich seh nicht durch. Äh... Ne, soll ich nicht hin? Hier sollte ich jetzt hoch. Okay. Auf die mich nicht. Glaube nicht. Das geht nicht kaputt. Oh, mega. Ich bin im Ziel. Und mit, äh... Extra-Item sogar. Level beendet. Yeah. Hey. Was krieg ich denn jetzt? Tausend Dank für die Hilfe. Hier, nimm dichs. Komm, ein... Ah, ein One-Up. Das ist gut. Das ist gut. Das brauch ich. Ganz dringend. So, jetzt krieg ich auch gleich mal hier ins... Ne? Komm. Hier, hier will ich jetzt hin. Hier will ich jetzt hin. So. Und jetzt möchte ich bitte mehr als zwei kriegen. Das wär toll. Na, komm. Das sind keine... Warte, jetzt... Jetzt hier... Ach! Das gibt's nicht. Die fliegen einfach so scheiße. Jetzt geh ich mal hier nochmal... Nochmal runter. Genau. Mann. Alter, wie soll man denn hier kriegen? Frag ich mich echt. Wie soll denn das... Alter, da sind vier rausgekommen. Und ich spring genau an denen vorbei. Das kann aber nicht wahr sein. Ich krieg genau ein... Ich krieg genau null. Alter, so ein Pech. Aber ja, hast du recht. Das gibt's nicht. Alter, das ist so fies manchmal einfach. Komm, giftige Gewässer. Giftigere Gewässer. Was? Bitte was? Bitte was? Alter! Wollt ihr mich komplett verarschen? Gehen einfach weg. Was? Alter! Verarsch mich doch nicht so. Geh gleich mit P-Flügel rein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, ist der Pizza reingefallen. Ich krieg ne Krise. Alter! Luigi, was machst du da? Warum lässt du... Vor allem, warum kullert der da runter? Wie geht denn das? Giftige... Okay, komm. Also, ich... Hab ich schon mal erwähnt, dass das hier fies ist. Ich verschwinde genau in dem Moment, natürlich. Das war so klar. Ich mach mal folgendes. Nach. Falsch. Inventar. Ich nehm jetzt mal dat Ding hier. So, jetzt ist mir dat auch zu blöd. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Was hier wohl drin sein wird, ich weiß es nicht. Ich würd's gar nicht wissen. Komm, egal. Komm jetzt hier hin. Genau. Ach, da war ein Flugkönchen drin. Okay. Vermute, dass das auch ganz gut ist, wenn man das hat. Wie man sieht. Ich weiß gar nicht, wie das ohne gehen soll. Ach, du Heilige. Da und ist auch noch ne Röhre. Alter, wie fies. Komm schon. Werd wieder klein, du Ding. Boah, wie viel... Wie soll man da rankommen? Alter, wie soll das gehen? So, jetzt hab ich noch ein Leben. Heißt, ich bin gleich tot. Ich nehm mal folgendes. Ich nehm mal jetzt den hier nochmal. So. Frag mich wieder, wie ich da rüber kommen soll. Warte mal, halt. Das krieg ich hier aber. Oh, wie fies. Komm, ich hab jetzt nicht mehr so viel. Jetzt hab ich wieder zwei Leben. Naja, ist jetzt auch nicht so das Wahre. Aber ich hab das Level beendet und ich kann jetzt mal in den Turm gehen. Und da speichern und dann krieg ich bald nochmal Game Over. Und dann hoffentlich... Ne, hoffentlich nicht. Aber dann... Nach dem... Wenn ich nach dem Turm Game Over hab, dann kann ich nämlich... Wieder in alle Pilzhäuser rein und wieder mehr Leben sammeln, weil... Ernsthaft... Grollbesuch im Schlangenblockturm. Ach ja. Bitte was? Ach du Heilige. Jetzt hab ich das auch noch verloren. Was krieg ich jetzt? Ein Flügelchen. Das ist gut. Das ist ein P-Switch. Wofür ist der gut? Ich weiß es nicht. So, jetzt erstmal hier hoch. Genau, so lang kann's ja nicht mehr sein, sind ja nur noch 60 Sekunden. Theoretisch. Was? Was? Alter, was? Willst du mich verarschen? Alter, du verarschst mich doch, du Spiel. Wenigstens krieg ich jetzt gleich noch ein paar Münzen, hoffentlich. Ich geh ja gleich mit... Ich mach's gleich... Warte. Ich mach's jetzt gleich mit... Ne, gleich mit P-Flügel. So. Weil ich nur noch ein Leben hab und das hier auf jeden Fall schaffen will. Ist mir das gerade das Ganze mal wert? Na, hat ja wunderbar geklappt. Aber naja. Was willst du machen, ne? Ups. So, ich hab wieder das Ding. Das ist gut. Mp-Switch. Das ist auch ganz gut. So, warte. Hier muss ich hin. So. Hier muss ich jetzt... Hier darf ich nicht den Fehler machen. Jetzt hab ich wieder zwei Leben. Das ist ganz gut. Hier muss ich draufbleiben. So. Warte mal. Hier gibt's noch... Nichts. Hier gibt's noch... Oh, noch ein Flughörnchen. Wieso noch ein Flughörnchen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich weiß auch nicht, wo die dritte Sternmünze ist. Ist mir gerade vollkommen egal. Ich will jetzt nur diesen Boss hier besiegen. Mal sehen, was er jetzt für Fähigkeiten hat. Komm, was hast du für Fähigkeiten? Zeig sie mir. Er wird... Achso, er wird einfach nur größer. Okay. Man kann sich nicht mehr in die Ecke stellen. Glaube ich. Na ja. Tod. Fliegt genau auf mich rauf, aber das tut mir nix. Komisch. Na gut. Yeah. Geschafft. Ach toll. Jetzt kann ich speichern und dann kann ich gleich Game Over gehen. So, ist auch praktisch. Ja gut, dann würde ich sagen, reicht es mal für diese Folge, ne? Warte, jetzt speichere ich erst mal. So, dann reicht es erst mal für diese Folge. Dann machen wir weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, sag ich mal. Tschööö